ja moin moin ihr lieben was auch hier von faro gaming heute natürlich wieder mal mit simulator und zwar wollen wir heute mal konvois machen wir mal immer mal konvoi lassen das ganze hier einmal suchen und in konvois und zwar suchen wir nach fargo findet das nicht so machen wir so so momentan oder ich zu den kopf heute ja moin moin ihr lieben was auch hier von faro gaming und zwar heute natürlich mit dem eurotrag simulatoren nummer 2 in der konstellation konvoiservers also ein konvoi natürlich haben wir auch einen eigenen konvoiserver aber dieser ist nur für testzwecke vorerst eröffnet um zu schauen wie das so alles funktioniert wie kommt ihr in den konvoi einfach hier unten konvois anklicken dann hier oben gaming eingeben warten bis die sitzung alle abgerufen sind dann seht hier oben faro gaming eurotrag simulatoren da könnt ihr dann drauf join konvoi betreten hier unten und dann geht die lucien natürlich ab so wir haben jetzt 23.000 wir fahren immer noch ein bisschen in der in dem auftragsangebot der schnellen aufträge durch die ging wir könnten uns natürlich regel für 100.000 könnten wir uns ein kredit nehmen oder wenn wir uns ein für 400.000 mit das sind für 1788 euro pro tag 2888 euro pro tag geht immer noch was kosten denn hier so die lkw's zeig mal her von der stange nehmen wir die natürlich mal wir gehen mal gucken bei scania in hannover ja mal schauen ob wir was finden 12.000 listenpreis geht eigentlich was würde mich denn kosten wenn ich die die farbe ändere ich würde die gerne hier unten geht noch nicht ich würde aber die farbe gerne in schwarz haben würde ja schon ein bisschen stylisch aussehen aber 121.000 erst mal puch ja gut wird närmen 13.000 würde der kosten 117.000 der listenpreise 118.000 denn etwas größere das ist kann ja er das ist der etwas größere und zwar 118.000 der highliner der ist der highlander und der streamliner topline ja gut aber gleich drei achsen wie sie nicht die kann man noch nicht die da man nicht genau noch nicht also könnte man den nehmen wenn wir 100.000 aufnehmen dann müssten wir 100.000 aufnehmen könnten aber die ausstattung nicht mehr ändern oder wir gucken mal bei da fixo fixo karti mal gucken 114.000 der listenpreis 117.000 also als starter kw würde der ja auch erst mal völlig reichen schöner etwas älterer darf aber nur ein tank dran im menschenskinder 127.000 da können wir mal gleich knixen wir gucken mal ob wir denn noch einen auftrag machen weil oder warte mal bank das werden in 8000 über 8500 400.000 aufnehmen würden bei 5700 pro tag also 5700 pro tag müssten wir einfahren mit den aufträgen so wir waren hier letztens stehen geblieben in osnabrück ich glaube in osnabrück sind das würden wir jetzt wenn wir nach frankreich fahren würden wir 8 riesen kriegen für die fahrt das heißt also theoretisch könnten wir 400.000 aufnehmen wäre aber hart wenn wir denn jeden tag müssten wir dann natürlich 5 788 euro einfahren das müssten wir jeden tag machen machen wir mal wenn die auftragslage mal beschissen ist also wortwörtlich gesagt ich weiß es nicht aber ich werde jetzt umgehender nach frankreich fahren heute wie könnte man nach dortmund fahren kleine strecke 14 euro auf dem kilometer gerechnet oder nach düsseldorf ein paar bieren weg bringen ich würde ja glatt nach düsseldorf fahren ist ein bisschen weiter würde uns aber auch ein bisschen mehr bringen was das angeht oder kamensysteme möchte ich auch noch abbiegen nach hause dann könnte ich mir ja noch einen kamin mitnehmen möchte ich jetzt fahren Tomaten nach 18 tonnen nach frankreich 8 riesen gehen eigentlich bis nach frankreich gut wir fahren nach frankreich mit dem MAN mit dem wunderschönen MAN fahren wir jetzt nach frankreich dann würde ich sagen also für 8.196 euro fangen wir auch ein paar tomaten von unserer bröckener deal nach frankreich wenn wir mal gucken ob wir was in frankreich finden eigentlich wollte ich ja mal in die skandinavischen länder menu jetzt fahre ich ja schon wieder runter ja klar regnet doch mal gleich wieder finde ich gut finde ich gut so schöner kehrl ich hätte aber den daneben gerne genommen hätte ich aber in frankreich fahren müssen gut hat auch gehört zu regnen so reine fahrzeit 500 505 kilometer viel zu viel viel zu viel schön MN fahren mal wieder ausnahmsweise nicht immer nur scania eiern wenn wir so mal MN fahren geht doch mal was ich gar nicht fahren mag ist hier Renault den mag ich ja nicht fahren heute versuchen wir mal ohne blitze ohne unfälle durch zu kommen ja wie ihr ja die letzten videos gesehen habt sind wir da mal nicht so immer so glimpflich davon gekommen ähm ja stress immer stress so was ist du hast vorfahrt du Dussel ach du bist doch ein Dussel bist du doch du bist echt ein Dussel auf der Vorfahrtsstraße und er hält an hmmm wer weiß für ein Nebelchen Juuu checken die Rufe auf der Bahn abchecken 23.000 also ich habe noch ein bisschen mit mir ob wir jetzt halt wirklich sagen okay wir kaufen uns jetzt einen LKW und nehmen halt 400.000 auf so jetzt mal kurz gucken ich hatte doch gerade grün oder nicht warum bieten die denn vorheim ab hier ist ja nicht wahr ja dann müssen wir mal gucken kaufen wir uns jetzt einen LKW auf Druck oder nicht ich weiß es nicht das ist immer so eine Frage kaufe ich mir jetzt einen LKW auf Druck oder nehme ich doch lieber keinen Kredit auf und sage okay wir versuchen zuerst mal so hinzukriegen aber 100.000 alleine zu erreichen ist schon hmmm da muss ich gucken muss ich wirklich gucken also ich habe ja da gerade ein bisschen mit mir wo ich halt echt sage nehm ich 100.000 kaufe mir halt Listenauto oder nehme ich mir halt einen Kredit für 400.000 und zahle halt 5.788 Euro pro Tag wieder und kann mir natürlich gleichzeitig einen wunderschönen LKW kreieren und sage habe aber immer was davon also ich habe eine längere Zeit was davon hm das ist natürlich die Frage hm 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 aber wir haben ja 470 Kilometer Zeit um dazu überlegen ob wir das tätigen hm ich weiß halt auch nicht ob die Aufträge nachher so supi aussehen ähm wenn wir dann nachher wieder von Rostock auch starten mit dem eigenen LKW weil der wird ja geliefert nach Rostock oder von Osnabrück wenn wir uns ein Scania kaufen natürlich aber wir könnten uns auch ein DAF kaufen hm das ist natürlich eine gute Frage so heute wieder mal ein bisschen getrunken mit der Tastatur ui 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 so tanken mh sieht gut aus wissen wir nicht guti denn ui 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 ja Tomaten wann soll wir denn da ankommen überhaupt er wartet Mittwoch um zwischen 9 Uhr 55 und 16 Uhr mhm mhm okay ja gut Funko Gaming ist ja immer ein bisschen schneller unterwegs wir fahren ja hier mit immer immer mal so hart am Limit mit 86 heute wir hoffen mal dass wir kein Dings kriegen kein Foto mensch nach Amsterdam können wir oben mal fahren das können wir auch mal tun und ja das typische MAN Outlay vom Cockpit her würd ich sagen Navigationssystem im Radio supi mhm mhm wir sollten nicht so viel ins cockpit gucken wir uns mal ein bisschen mehr auf die straße konzentrieren ja das ist heute ja part 2 ist das hier heute und ja mit den konvois ja wir haben den erstmal diesen konvois server also theoretisch und praktisch haben wir den konvois server erst mal einfach nur so eröffnet als testzwecke wie funktioniert was und dann wie funktioniert die mods wo kommen die mods dahin ja das können wir wenn ihr das gerne möchtet schreibt mir das unten in die kommentare dass wir das aufzeigen also damit wir damit blö 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 aussässer wenn ihr ein video davon haben möchte wie man mods installiert auf diesem server auf diesem konvois server dann müsst ihr schreibt mir das einfach unten in die kommentare wir machen euch ein video davon wie wir halt verschiedene mods in diesem konvois server einfliegen ja genau so könnt ihr das tun hört sich gut an der sound so eine neue eine schöne neue wildbrücke war da eben menschend genau aber ich muss nicht sagen die landschaft verändert sich relativ zügig würde ich sagen also das hätte ich jetzt nicht gedacht dass das so immer immer so schnell geht damit das kaum auffällt also es fällt ja wirklich kaum auf so windmühlen müssten wir jetzt hier in holland sein oder wo müssen wir jetzt rum düsen also ich würde jetzt gerade sagen wir würden in holland sein weil windmühlen sind ja nur in holland und nicht hoch lang dann nur so gut hier mit eiern menschends kinder du immer diese drum gar wäre auf der autobahn also wir gehen in ihrem steuerung geheuer würde ich sagen und außerdem sind wir hier auf der arbeit und nicht auf das sightseeing tour wir wollen uns nicht die schöne landschaft angucken obwohl so immerhin würde mir auch gefallen aber immerhin händler haben wir glaube ich noch nie ne ich glaube nicht schade drum ja ich glaube wir sind in holland also in frankreich sind wir auf jeden fall noch nicht dafür haben wir noch 350 km so wir wollen weiter nach gute frage geradeaus weiter was ist hier los ist ja ganz schön voll heute hier hallo bitte kein staub nein 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 weg 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 immer diese scheinwäsche angemache hier regnet doch gar nicht ich hätte gerne ein lkw wo die scheinwäsche automatisch angehen wenn das regnet das hätte ich gerne dazu hätte ich noch einen super brems assistenten in diesem lkw und sogar ein link und dann nenne ich gerne noch ein spurhalter assistenten das wäre super her dankeschön fürs nächste mal mensch jetzt sind wir ja viel zu früh wir sind ja schon um eine uhr fünf star in der nacht hoffen mittwoch dienstag 20 45 es sei denn wir müssen jetzt noch pauschen machen eigentlich bei fünf stunden müssten wir nach viereinhalb stunden eigentlich eine dreiviertel stunde pause machen theoretisch praktisch aber so eine langen stunden hatte ich bis jetzt noch nicht hatte ich halt sagen muss wir müssten pauschen machen hatte ich bis jetzt noch nicht aber ich weiß wenn das bett an ist komplett blau ist in die augen zu dann kriegt man hier sekundenschlaf dann fährt man genauso eierig wie ich immer ist man ein bisschen ein bisschen eierig unterwegs tanken nö müssen wir noch nicht können wir weiter ziehen tanken geht auf meine kappe nö 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 so nicht mit 82 über der autobahn fahren um aber der umwelt zuliebe machen wir das natürlich wir fahren 82 strikt auf autobahnen hatte mich ausgebremst polizia polizia so wir wollen natürlich weiter geradeaus richtung rotterdam da wollen wir hin richtung rotterdam natürlich hätte ich hier mal abbiegen können wenn man das früher hier wusste hätte rotterdam brüssel brüssel wo wir 100 euro gekriegt seht ihr erste foto wieder weg heute abgehakt wieder mal nicht drauf geachtet dass wir immer noch in der city rumfahren menschenskinder so kann ich kein geld verdienen so kann ich absolut kein geld verdienen hier drinnen menschenskinder weg wenn wir zu blitzen lassen oder immer zu unfälle kreiere so kann ich kein geld verdienen wirtschaft null Mensch also Mann ey wie langsam fährst du denn heute komm komm ich mach jolo 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 noch 30 kilometern bis amsterdam frankreich schon wieder völlig daneben nehme spur und schöner tunnel aber wir sollten mal lichter machen finde ich so sieht doch gleich mal ein bisschen schöner aus im händel leuchteten tunnel machen wir lichter flugzeuge airbus in urlaub kann ich immer wieder fliegen geht er nicht mit 21.000 geht er ja noch nicht was zitiert wir fahren schon wieder nicht schneller menschenskönne gibt doch mal umi 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 ab geht die fahrt so nicht noch mal ein blitzer foto nö 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 fotos haben wir genug von uns gesammelt ja okay ich steig mal aus und schieb gehe vielleicht ein bisschen schneller denn wir grusen durch die city das macht so viel spaß mit 60 ich werde fahren sie nicht ohne laut wir fahren mit 60 durch würde mir zu denken geben und 85 ziehen wir durch hier ziehen wir durch also eigentlich dürfen doch gefahrgutlaster nur 80 fahren warum fährt er denn schneller schönen lifter hoch oben tüffing nein erstmal schön rechts überholt muss sein muss sein immer diese ich habe so nicht eingestellt den quatsch den gedüngst mit der bremse oder so wenn du darauf aus gestehen wir sofort das ist doch nicht das kann das kann doch nicht sein kann das doch nicht risiko da werde ich Ab geht die Fahrt. Ich hätte hier auf dem Innspur bleiben müssen. Aber ja, da fahren wir trotzdem. Wir fahren einfach durch. Über die Späherlinie rüber gebrettert. Oh, hier, Rotterdam ist noch Baustelle. Da ist noch nichts los hier. Das ist nicht mal eine Abfahrt hier. Junge, Junge, Junge. Das ist immer ein bisschen originalgetreu. Ihr seid ja schon, muss man ja wirklich sagen. So, jetzt müssen wir Antwerpen, 77 Kilometer. Aber nach Antwerpen wollen wir doch ja nicht. Aber wenn wir jetzt in Rotterdam sind. Hm. Um Brüssel. Bist du mal kurz gucken hier. Geht das hier? Tabulator-Taste. Nee, geht nicht. Oh, haben wir jetzt mal gebremst. Oh, was für einen Bogen fahren wir denn? Na, also, jetzt mal ganz ehrlich. Also, dieser Bogen, den muss ich jetzt nicht verstehen. Von Osnabrück. Wenn man jetzt mal so guckt. Von Osnabrück. Diesen Bogen zu fahren, ne? Also, äh. Warum fahre ich denn jetzt nach Holland und über die Benelux starten? Wäre ich ja doch über Köln fahren können. Von Osnabrück über Köln und dann über Lüttich. Unten rüber. Und dann Richtung Brüssel und dann nach Dings fahren können. Und dann nach Niedel fahren können. Ist doch viel einfacher. Warum fahre ich über Amsterdam und Rotterdam? Verstehe ich jetzt nicht. Da kann ich jetzt nicht ganz verstehen. Also, das muss ich nicht ganz verstehen. Das kann ich auch nicht ganz verstehen. Also, ich wäre jetzt über den Ruheport runtergefahren. Also, Osnabrück. Da runter Richtung Köln. Also, Richtung Ruheport. Dann rüber nach Lüttich. Und dann rüber nach Brüssel. Und von Brüssel? Dann näher weiter nach Lidl. Warum fahre ich? Nee. Okay. Gudi. Navigationssysteme. Müssen wir nicht verstehen. Müssen wir nicht verstehen. So. Wir hätten jetzt die Hälfte des Bettes. Und wir hätten jetzt noch ein bisschen Tankfüllung. Gut. Wir haben nur noch 186 Kilometer. Wir fahren jetzt durch, denke ich mal, die Nacht. Ja, ich denke mal, wir werden die Nacht jetzt... Ja, ich denke mal, wir werden die Nacht jetzt ein bisschen durchfahren. Dann kommen wir da auch an. Wo wir gerne hin möchten. Dann werden wir nochmal ein bisschen einparken. Und dann werden wir gucken, ob wir von Lille... Von Lille? Von Lille, ich glaube. Was wir von da aus bekommen. Nach... Ich würde jetzt gerade sagen, wir fahren dann wieder nach Deutschland hoch. Oder wir fahren dann rüber zu der Engländer. Das ist natürlich die Frage. Aber das berechnet wir uns im Kopf, wenn wir da sind. Würde ich sagen. So. Genau. Jetzt fahren wir Richtung Brüssel erstmal rauf. Und dann werden wir mal gucken, was wir denn noch... Oh, hier dürfen wir 90 ballern. Hier ist 90 erlaubt für uns. Yeah, Gas. Und vorbeiziehen. Oh, wir können in die 90 knallen. Ist das geil. Hu, 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 hu. Wir müssen nicht mehr mit 80 fahren. Die erste Strecke, die mit 90 ist. Yeah. Ausfahren, den LKW. Erstmal ein bisschen Gassi führen mit dem Gütertaxi. Genau. Hu, hu, hu. So. Genau. Immer durchgebrettet hier mit 90. Jetzt können wir richtig Gas gehen. Können wir ein bisschen Zeit rausholen. Aber so viel Zeit holen wir leider auch nicht raus. So. Wir legen gleich Mittelspur. Oh, wir ziehen gleich Mittelspur durch. Ich glaube, wir fahren hier nicht ganz schnell. Aber wir können nur 90 fahren. Hm. Also brettern wir durch. Ja, hier überholen. Das sogenannte Elefantenrennen hier. Nee, nee, nee. Ziehen wir vorbei. Gucken nur mal schön. Aufstehen, aufstehen. Ab geht's. Mensch, können wir ja Tempomaten einklinken. So, genau. Machen wir das so. Ziehen wir rüber. Brüssel. So, nochmal ausrichten hier. Fix die Gator. Und jetzt ziehen wir durch. Ziehen wir hier natürlich. Immer lang. Aber wir fahren hier nach Brüssel. Wir wollen. Wir fahren hier weiter. Wir wollen jetzt nach Frankreich. Da wollen wir ja hin. Und da fahren wir jetzt auch hin. Oh, hier. Oh, schöner Renault. Hm. Hm, hm, hm. Gutes Ding. So. Aber die nächste müssten wir lauten. Na, wie müssen wir die nächste runter? Hier müssten wir. In der Vorlandstraße, das letzte Stück. Oder was, die letzten 97 Kilometer? Ja gut, dann fahren wir die. Machen wir doch. Keine Frage. Kein Thema. Machen wir. Wird erledigt. Oh, wo kam der denn hier eben von der Autobahn? So. Hm. Landstraße. Hm. Können wir hier wohl Landstraße auch 90 ballern? Nö. Nö. Mh. 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 Nö. Das doch mal. Das ist doch jetzt mal echt nicht. Oh, hier. Erst mal fähnlicher machen. Alle blenden. Da werden wir auch die Wildschweine und die Rehe sehen auf der Bullenstraße. Sonst geht das ja gar nicht. Aber wir könnten eigentlich auch mal so, wie mal da oben, einfach mal so bis zur Erschöpfung fahren. Also bis zur Müdigkeit. Bis zur kompletten Müdigkeit. Bis die Augen zufallen. Das wäre mal hochlustig. Mal gucken, was denn passiert. Höh, hol mal nur vor 90 bis los. Mecker nicht. Hupier mal nicht. Das ist richtig. So, frechert. Oh, da steht Bauer. Der Bauer I. I. Ach, keine Ahnung. Bauer. Der Bauer Gurke auf dem Feld noch. Menschenskinder, du. Oh, schon wieder mit 70 oder W., so verb�t eine Straße. Ne, 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 ne. Komm hier. Mh, mh. So. Tempo mal bei 65 eingeklinkt. Geht weiter mit Tempo mal. überall mit der wo man fahren ist am besten ist gesünder fürs portemonnaie habe ich festgestellt schon und entschuldigen sie bitte ich habe fernlicht angehabt das tut mir leid aber sie blenden wenigstens auf das schon mal schön das cool das finde ich gut so noch so weit oder wird nun geht aber los hier tatsache ganz seit ende oh gott oh gott sind noch 54 kilometer laut navi das will da werden wir mal gucken wo die dateien haben wollen ihre büren und nie wir fahren die tomaten bären war ja der andere lkw diese 15 tonnen also 71 mit tempomat das ist schon ganz schön schlecht aber lieber endlich das sind andere teils also rät harter läuft jetzt wird er mal langsam voll da oben ich hoffe jetzt nicht damit das noch angeht aber eigentlich waren die tour die tour ja keine acht stunden lang die war ja bloß glaube ich sechs oder so wenn ich das noch richtig in erinnerung habe wann ich in der bus necks können wir mal gucken nächste pause in vier stunden also das geht noch das ist noch ideal also das geht noch also nächste pause ist in kommen wir locker bis hin haben wir nur noch 27 minuten also von daher geht das immer noch also wir sind ja auch gleich da ist ja gleich 1 uhr 10 in der nacht so und eigentlich müsste ich ja dann warten bis die uhr theoretisch 9 ist 9.50 wollen die die wahre jetzt haben aber wir können ja auch nicht einfach hinstellen ist ja denn nicht so schlimm würde ich sagen jetzt stellen wir den auflieger einfach hin und dann düsen wir wieder ab fangen woanders hin zu 200 meter paris und paris tja ich würde sagen die nächste haupte das unsere würde ich jetzt gerade mal so behaupten jubb ist sie hier geht er drunter und unten gibt es auf jeden fall ein hotel mich würde interessieren weil da die erste fragezeichen da vorne ist ob das ob das ein lkw händler ist das würde mich jetzt interessieren aber ich glaube da fahren wir auch genau dran vorbei ne würde ich sagen fahren wir da dran vorbei jo kreisverkehr schnicker schnicker haben schon schlechte schlechte erfahrungen gemacht mit kreisverkehren so wie in polen ist uns einer reingebollert oder wie ist denn jemand reingebollert so dann sind wir auch schon unschöne lkw werkstatt ineinander konzentration konzentration also uns kann ja händler schade das wirklich schade ich habe gedacht dass wir mal nennen ja mal nimmer ein händler oder so noch erfinden erfinden würden das wäre natürlich noch kultig das war noch grün kirchgrün hat noch so trade aux da wollen wir hin genau da wollen wir hin nach trade aux die polizei kommt hoch der desubi bestimmt mittelrand bitte wo sie den bestimmten haben genau dazwischen könnte ich wetten so dann lass uns mal gucken oh ich hab gesagt naja komm die 40 ep nehmen wir auch noch mit würde ich sagen so kann man das perspektive wieder nach außen snicker so dann schieben wir den Auflinger da mal in in die lücke mal gucken oh nicht so weit nicht so weit ich wollte hier nichts kaputt machen die kabel wieder mal schön gestreckt nach hinten so jetzt komm hop 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 renn renne die lücke komm in einem Zug jetzt hier aber nicht splamieren oh da wird dicht das wird dicht das wird dicht mhm mhm das wird fahrt schön Platz hinten haben wir auch Platz das sieht super aus oh er läuft gut er läuft gut er läuft gut aber wir müssen glaube ich nochmal vorziehen damit wir ein bisschen gerade drin stehen so angekommen alle haben angekommen fertig so absatteln oh tüffel oh stehen genug drinne das ist gut was war jetzt 24 Liter haben wir verbraucht das ist wohl hart oh hart das ist wirklich hart ist das gut wir sind 7 Stunden 19 Minuten gefahren das heißt also wir hätten noch 2 Stunden fahren können so haben wir aber gut Kasse gemacht haben wir echt gut Kasse gemacht würde ich sagen 7200 das sind 300 Erfahrungsbonus und die dazu und die Erfahrung dazu mhm sieht gut aus so was wollen wir denn jetzt neben Fernfahrten also Fernfahrten nehmen wir jetzt Rang 3 Lieferung bis zu 850 Kilometer plus 15% höhere Vergütung für Lieferstrecken über 550 Kilometer oder wir nehmen hochwertige Frachten hochwertige Frachten werden dann Rang 2 mit 10% höhere Vergütung Anstieg um 5% für Lieferung hochwertiger Frachten also zerbrechliche Frachten möchte ich noch gar nicht lehren glaube ich ähm ADR genauso wenig das möchte ich anders noch gar nicht lehren just in time Lieferung wäre wichtige Lieferung freischalten ähm 3% höhere Vergütung für das Abschließen einer wichtigen Lieferung 20% Erfahrungsbonus für das Abschließen einer wichtigen Lieferung aber ich will ja mehr auf Strecke gehen das heißt also wir gehen hier ich glaube wir nehmen hier auf Fernfahrt dann können wir 805 bis zu 850 Kilometer 50% höhere Vergütung für Lieferstrecken über 550 Kilometer das heißt also wir müssten über 550 Kilometer fahren damit wir denn nachher die 15% kriegen hmm ja nehmen wir so jetzt haben wir 31.000 jetzt könnten wir uns überlegen wirklich ein LKW zu kaufen ein Kredit für 100.000 aufnehmen also bei 100.000 dann müssen wir 2.888 Euro pro Tag zurückzahlen wo wir denn sagen wir würden uns hmm 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 gehen nicht ich habe noch keine Verwägerwesen auch man die Höhen so und dazu wenn wir jetzt also wenn wir jetzt 100.000 aufnehmen hmm das ist immer eine gute Frage also das ist immer so eine Sache wo ich sage ja wollen wir wenn wir das jetzt aufnehmen 100.000 dann könnten wir theoretisch und praktisch könnten wir uns einen LKW kaufen und dann könnten wir Aufträge machen und wir könnten halt gucken ob wir hier den selbstständigen Fahrer der LKW Lok LGMH und Hamburg suchen hmm bis zu 6.700 Euro pro Auftrag würden wir ein bisschen Gewinn machen in Hamburg hmm das ist natürlich jetzt eine gute Frage was haben wir denn jetzt hier noch für Aufträge von von wie sind wir jetzt achso wir in Rotterdam bin ich aber nur durchgefahren da weiß ich auch nicht eigentlich wo ich angehalten ähm in Lille oh das ist natürlich geil das ist natürlich gut also 8.000 bis nach England rüber mit der Fähre aber da würden wir in England stehen das ist da wir könnten aber auch nach Mannheim für 7.700 fahren gibt es hier nicht Belgien oder wir fahren auch Rotterdam hoch was gibt es da noch hier oder wir fahren ja das ist aber relativ schlecht würde ich sagen hier für 2.700 naja so eine Aufträge brauchen wir den hier nicht annehmen wenn wir jetzt einen Kredit für 100.000 aufnehmen wir könnten nach Rotterdam hochfahren oder nach Mannheim aber ich würde jetzt fast nach Rotterdam wollen also nach England möchte ich noch gar nicht rüber also hier drüben möchte ich noch gar nicht rüber für die Insel da möchte ich halt wir gehen erst rauf wenn ich einen eigenen LKW habe ja würde ich sagen dann fangen wir jetzt von Lille nach Rotterdam zurück würde ich sagen mit einem Renault da stehen wir ja gerade genau für 3.700 3.371 Euro boon sollen wir fahren boon boon mit einem normalen Auflager oh ne nicht mit einer City-Achse ey nö ist ja echt nicht euer Ernst oder was pfui jetzt muss ich schon noch Renault fahren mit einer City-Achse pfui also Renault ist ja nun nicht so schlimm also Platz haben wir so jetzt aber nirgends wo gegen fahren und dann heißt es also hier wieder rechts 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 ok also wieder rechts rum hier vorne im Kreisverkehr links zweite zweite Ausfahrt ja zweite Ausfahrt raus genau zweite Ausfahrt oh ich sehe in dem Spiegel ja gar nichts da oben was ist das denn ich sehe die Straßen ja keine Ahnung was aber nicht das was ich sehen will also ich möchte ja gerne in der Auflieger mal ein bisschen sehen ein Stückchen aber gut ich sehe da ja auch nichts ich sehe irgendwas ja pf pf schön dass der da ist der Spiegel aber hallo oh der Spiegel ist aber auch schlecht eingestellt Junge 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 ja gut wir haben auch keine Abfahrtskontrolle gemacht habe ich gerade gesehen und gerade überlegt so so das wird jetzt hier eine ganz schnelle Runde wird das relativ zügig ähm nein wir müssen hinten rauf nicht hier vorne oder doch shit wir hätten doch vorne rauf müssen mh könnten wir eigentlich mal einen rückwärtskantwell legen würde ich sagen mh gut eigentlich sollte das eine kurze Runde werden aber die wird dann heute noch ein bisschen länger als gedacht aber wie will er uns denn jetzt schicken wie will er denn uns denn wie schickt er uns denn jetzt ähm er schickt uns runter auf die Autobahn dann brauchen wir da nicht über der Landstraße ahhh verdammt genau wir schickt uns jetzt auf die A7 und dann hoch nach Brüssel und dann nach Rotterdam hoch ok mhm mhm ok ja gut mhm ja man sollte auf das Navi hören wenn das Navi sagt wir sollen hier abfahren in der ersten abfahren dann sollen wir auch da abfahren nicht einfach mal auch wir fahren einfach mal so wie wir das wollen mhm wiederum sonst mit Diesel ausgegeben und dann müssen wir mal gucken und dann müssen wir mal gucken was wir das nächste Mal in Rotterdam kriegen oder wirklich sagen oder wir kaufen uns wirklich jetzt schon ein LKW mhm ich würde sagen schreibt dann einfach mal in den Kommentaren ob wir weiter in der freien Fahrt fahren also sprich ob wir schneller Aufträge machen oder ob wir uns denn jetzt ein LKW zulegen sollten und dann einen Kredit für 100.000 aufnehmen damit wir uns dann halt auch einen LKW erstellen könnten also damit wir uns dann auch einen Schläger wie nehmen könnten wäre ganz cool wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben würdet würde mich darüber freuen Hallo, 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 hallo ich sag ja Abstandshalter Abstandshalter das beste was geht wir hätten ja auch einen auf Geisterfahrer machen können einfach mal so dann hätten wir diese große, große Umleitung nicht verhandelt und so wie ich sehe ist der Tank sogar noch leer so gut wie es wird echt euer Ernst jetzt fahre ich schon zu viele Kilometer jetzt muss ich auch noch tanken fahren Gas geben, Gas geben, Gas geben rüberziehen danke kurz bedanken damit er voll in die Eisen gestiegen ist ach ja das wollte ich jetzt nicht er sollte nicht bremsen ich hätte schon gebremst bin hier auf dem Beschleunigungsstreifen rote Sicherheitsquote digitaler Tarrograph geht ja auch nicht ist aus guti passt war gerade vergessen im alten LKW shit muss ich näher noch einen Ausdruck machen ganz fix und Nachtrag oh nee dann muss ich wieder zurückfahren nö 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 dann müssen wir näher zurückfahren nö machen wir nicht wir bitte antragen einfach eine neue und sagen wir haben die alte verloren fertig dann kriegen wir eine neue Fahrerkarte mhm so da gibt es eine Taltestelle nee wir fahren einfach durch wir fahren einfach durch wir machen jetzt hier nicht ein Aufalligalli und fahren jetzt hier noch Taltestuhl und geben wir jetzt hier noch 1000 Euro also bin ich drauf gekauft weil er kostet die bens hängen hier also diesel jetzt gar nicht so und rübergefahren blinker gesetzt rüber also ich muss nicht sagen die spiegeleinstellung ist echt creep also das ist ja echt her also ich sehe jetzt hier oben im ramm spiel sich in der gewähr bei dem anderen spiel sicherlich sind diese meine einstellung gehen die sind mal banane ist die mal banane mann 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 nicht mal spiegel einstellen sie zurückstellen wie abhofen schleifstein hier drinnen in dem bock und die sonne geht auf also schon vier uhr 41 damit wird schon lange da mann 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 also das land time könnte dir nicht werden mit dem mit dem mit dem verfahren so da kommt der tankstelle jetzt gucken wir mal wo war die kraft 1 1 1 90 was mit dir nicht richtig fährst ein pkw du dussel musst du gas geben schiebe ich rüber ja der unfall schön also nach dem spiegel hat das ausweiswerk vorbei bin in der spiegelinstellung sieht man herrlich grütze ja 220 sind 320 320 euro bitte super wieder nisch gemacht aber ich glaube wenn ich dem frontal gegen geballert wäre ich glaube vielleicht ein bisschen günstiger geworden ach mann 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 brettern hier wir sind wie eine lokomotive da kommt er der dussel da ist er und so wie der heil ging aber schnell mhm 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 Spurwechsel rüberziehen durch einfach rüberziehen ohne zu blinken ohne zu gucken ziehen wir rüber lesen immer so gleich da sein.